Warum geben Sie Lukas Mandl Ihre Vorzugstimme? Er ist ein bodenständiger, erdiger Mensch, ein Mensch, mit dem man auch über alle Sachen sprechen kann. Und es ist immer der Mensch, der auch von nebenan kommt und dir das Gefühl gibt, er nimmt dich am Weg mit. Warum soll Lukas Mandl wieder Rot-Weiß-Rot im Europaparlament vertreten? Lukas Mandl hat sich sehr schnell in die Arbeit, also in der Materie eingearbeitet und wir glauben, dass wir die besten Menschen nach Europa entsenden müssen, damit sie bestmöglich auch unsere Region in Europa vertreten können. Was schätzen Sie an Lukas Mandl? Lukas Mandl ist ein bodenständiger Weinviertler, der seine Politik in Europa sehr gut für uns rüberbringen kann. Bei der Europawahl am 26. Mai ÖVP ankreuzen, Mandl hinschreiben.